Heute gibt es noch wieder eine weitere Folge von 5 Autos, die nicht reich aussehen lassen. Ich habe mittlerweile schon 4 Folgen dieser Serie produziert und viele haben sich ja gewünscht, dass ich ja mal wieder eine neue Folge raushau. Deswegen fangen wir direkt mal an. Ford Mustang. Kommen wir mal direkt zum ersten Auto, nämlich einem Ford Mustang, der seit 2004 gebaut wird. Natürlich, wenn es ums nur reich aussehen geht, gibt es hier nur die V6 Version mit einem 4-Liter-V6-Sauger, der nur 213 PS leistet und 325 Newtonmeter Drehmoment. Brauchbare Exemplare bekommt ihr schon für knapp unter 10.000 Euro. Also ich feiere den Muster um ehrlich zu sein nicht so. Das Facelift ist schon ein bisschen schöner aus. Die V-Max sieht trotzdem über 180 kmh, was bei einem 213 PS Motor irgendwie gar nichts ist. Natürlich, wenn ihr ein bisschen mehr Leistung wollt, holt euch den V8 mit 3 Ventiltechniken. Damals hat Ford auch ein bisschen gespart, weil dann mussten sie nur auf beiden Seiten jeweils eine obenlingende Nockenwelle verbauen. Wenn es ums Ausland geht und wir den 180 kmh auf Topspeed und 7,8 Sekunden auf 100, ist es nicht so schnell, aber geht dann ums Aussehen. Jaguar X-Type. Jetzt kommen wir zum so ziemlich günstigsten neueren Jaguar, den ihr so ergattern könnt, nämlich den Jaguar X-Type. Dieser wurde von 2001 bis 2009 gebaut. Der kleinste Motor ist ein 2,2 Liter Diesel mit 145 PS und 63 Newtonmeter Drehmoment. Und die stärkste Version ist ein 3 Liter V6, der 231 PS und 279 Newtonmeter Drehmoment leistet. Bei diesem liegt die V-Max bei 235 kmh und er bestäucht in 7 Sekunden auf 100. Hört sich alles jetzt nicht so schlecht an, ihr bekommt das ganze Paket auch schon für unter 2.000 Euro. Aber da muss ja irgendwo ein Haken sein. Wie bei vielen alten Jaguaren, sind die nicht wirklich zuverlässig. Besonders in diesem Fall treffen oft Getriebeschärten auf oder der Motor jagt sich selbst in die Luft. Aber naja, da die Autos so billig sind, kommt ihr auch ziemlich easy gebrauchter Ersatzteile. Wenn ihr technisch ein bisschen selber was drauf habt, könnt ihr natürlich alles selber machen. Und trotzdem habt ihr ein ziemlich schickes englisches Kfz, auch mit schönem Leder innen drin und so. Ist kein schlechtes Auto, aber wie gesagt, hat seine Probleme. Aston Martin, DB9. Wer wäre denn nicht gerne James Bond? Mit diesem Aston Martin, DB9 ist es natürlich für euch möglich, auch wenn der nie in einem James Bond Film drin war. Nämlich damals waren eigentlich nur die DBS-Modelle in James Bond Filmen, wie zum Beispiel Quantum Dross oder Casino Royale vertreten. Trotzdem, ein schickes Kfz bekommt ihr brauchbare ab 40.000 Euro, 6 Liter V12 unter der Haube, der nur knapp 456 PS leistet. Fahrleistung, 301 kmhv max und 4,9 Sekunden auf 100. Hört sich alles nicht schlecht an, 570 Newtoner Drehmoment. Naja, ein Aston ist ja auch nicht so zum Rumheizen, ist ja eher ein schicker GT Cruiser. Aber ihr müsst auf jeden Fall bedenken, es ist ein Aston Martin. Also bezahlt ihr auch Aston Martin Preise, wenn da irgendwas kaputt geht oder in der Wartung und auch bezüglich Werte halt. Kann es da durchaus ein bisschen teurer werden. Den DB9 gab es auch als Handschalter, wo ich euch wirklich anzeigen würde, wenn ihr so einen holt. Holt euch so einen mit Handschalter, weil es natürlich viel mehr Spaß macht. V12 Handschalter, sowas gibt es heutzutage ja einfach nicht mehr. Aber im Verhältnis zum V8 Vantage und zum V12 Vantage wurde der viel seltener mit Handschalter gebaut. Corvette C6. Jetzt kommen wir zur letzten Corvette Generation, die von 2005 bis 2013 gebaut wurde. In den frühen Versionen ist ein LS2 Motor verbaut und in den späteren ein LS3. In den günstigeren Modellen ab 20.000 Euro ist er durch die LS2 verbaut, wo ein 6 Liter V8 Sauger der 450 PS und 546 Newtonmeter Drehmoment leistet. Dieser macht dann durch eine Vmax von 300 kmh möglich und schneidert diese Corvette in 4,6 Sekunden auf 100. Preislich geben sich Versionen mit Schalt- und Automatikgetriebe nicht wirklich viel. Aber wenn ihr euch eine mit Automatik holen wollt, kauft auf jeden Fall eine ab 2006. Weil die 2005er Modelle haben nämlich einen 4-Gang-Automatikgetriebe. Ihr könnt euch vorstellen, das ist dann schon nicht mehr so sportlich. Aber wenn ihr auf jeden Fall sportlich sein wollt, kauft euch einen 6-Gang-Handschalter. Der ist auch wirklich nicht teurer als eine Automatik. Und ein Vorteil an solchen Amis ist natürlich, es gibt endlos Tuning-Teile für den Motor. Da könnt ihr noch richtig viel was an Leistung rausholen, wenn ihr natürlich Zeit und Geld dafür investieren möchtet. Fisker Karma. Jetzt kommen wir zu einem Auto, was wahrscheinlich die meisten von euch nicht mehr kennen. Nämlich den Fisker Karma. Dieses Auto wurde von Heinrich Fisker designt. Wer Heinrich Fisker nicht kennt, gerade eben habe ich schon vom DB9 gesprochen. Er hat auch schon diverse Aston Martin Modelle designt. Beim Fisker Karma handelt es sich um einen Hybrid, aber nicht nur einen Hybrid, wie die meisten wahrscheinlich kennen. Hier ist zwar auch ein Verbrennungsmotor verbaut, aber der Verbrennungsmotor treibt das Auto gar nicht an. Nämlich hier ist ein GM Vierzylinder Turbomotor verbaut, der 212 PS leistet. Aber der ist nur dazu da, um als Stromaggregat zu dienen, um die zwei Elektromotoren mit jeweils 150 kmh mit Strom zu versorgen. Rein elektrisch fährt dieses Auto 81 km und hat einen ECE-Verbrauch von 2,2 Litern auf 100 km. Das Kranke ist auch, also es hört sich krank an, aber ist es eigentlich gar nicht. Er hat nämlich 1300 Nm Drehmoment. Aber die Null auf 100 Zeit ist trotzdem nur 5,9 Sekunden. Und im Sportmodus läuft dann zum Beispiel auch immer der Motor mit. Und dann ist ein V-Max von nur 200 kmh möglich. Sieht auf jeden Fall ziemlich schick aus für ein Elektroauto, auch ziemlich elegant von innen. Wurde noch von 2011 bis 2012 gebaut, dann ging die Firma leider pleite. Ihr bekommt jetzt so welche ab 30.000, 40.000 Euro bis hin zu welchen, die wenige Kilometer haben. Die kosten sogar schon 80.000 Euro. Aber er ist in Deutschland ein ziemlich seltenes Auto. Also wenn ihr so einen habt, fragt sich auch erstmal jeder, was ist das überhaupt für ein schickes Auto? Kennt niemand. Und wen es interessiert, Fisca wurde auch noch von einer anderen Firma aufgekauft, die mittlerweile unter einem anderen Logo die Autos auch noch weiterbaut. Und der Heinrich Fisca selbst ist noch bei einem anderen Kleinserienhersteller mit dabei. Und die nehmen auch diese Autos und hauen einen schönen Z06 Motor von der Corvette rein mit 650 PS. Und haben einen ganz anderen Ansatz bei dem Auto. Und das war es auf jeden Fall heute mit dem Video. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ich irgendein Auto vergessen habe, dass es euch auch reich aussehen lässt, aber wenig Geld kostet. Und schreibt mir auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, was ihr von den genannten Autos haltet. Checkt bei Instagram in der Beschreibung, liked das Video und aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal.